Das gibt's doch nicht. Ich kann nicht von einem Tag auf den nächsten. Ach, das scheiß Ding. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Du bist doch aus der IT-Abteilung, oder? Äh, Toni, klar. Toni, super. Kannst du mir grad helfen? Hier, mein Excel funktioniert nicht mehr. Seit heute Morgen. Einfach so. Wenn ich hier draufklicke, dann kommt gar nichts. Wie kann das denn kommen? Na, gucken wir mal. Mist, kommst du da ab? Ich will dich überholen. Äh, was machst du da jetzt? Hm? Ist das jetzt hier irgendwie so ein Rennspiel, oder was? Ich dachte, du wolltest nachgucken, warum mein Excel nicht funktioniert. Hallo? Du. Du. Du.